Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elchgrind auf Medved. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und jetzt sind wir hier schon an der nächsten Location. Das sind jetzt so die kleinen Seen, die wir durchgehen und dann hier am großen See, dass wir da zum Abschluss kommen. Irgendwo war doch gerade ein Wolf, ne? Was haben wir denn da hinten? Moschostier. Oh, ne, Elch haben wir nicht hier, ne? Wir haben jetzt vieles hier, nur halt kein Elch. Ja, ein kleines Moschostier. Das kann auch stiften gehen, das brauchen wir nicht. Ach! Moment mal, ich glaube, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, wa? Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich noch, ähm, das MS-Sat drin. Obwohl. Ja. Obwohl. Ähm, ich würde sagen, wir testen das mal, ne? Wir testen das mal in dieser Folge, äh, komplett dann auf Elch. Gucken mal, wie gut es da seine Figur macht. Ähm. Wir haben nicht einen einzigen Elch hier, ne? Das finde ich schon wieder ein bisschen merkwürdig. Bin ich so auch nicht von ausgegangen jetzt. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, nehmen wir uns das Moschostier da hinten noch mit weg. Ha! Wie es dem einfach so liegt. Ähm. Ja, diesmal können wir es hier auch einfach so mitnehmen, ne? Ähm, wir haben ja auch die Klasse, glaube ich, jetzt mit abgedeckt. Jetzt, glaube ich, drei, ne? Oder ist zwei? Ich weiß gar nicht. Scheiße. Ha! 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 Ähm, ja, aber, ähm, besser als mit der Zerugi, ne? Da hätten wir es, äh, in jedem Fall immer verschossen. Jetzt können wir zumindest auch mal Wölf und Wildschweine mitnehmen. Ja, ist zwei. Okay. Also, in dem Fall auch, äh, verschossen, ähm, gut. Komfort sollte nicht, aber es passiert. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier vorne hin. Und gucken wir uns da mal um. Hier sollten wir ja vielleicht mal ein bisschen mehr Glück haben. Ähm, gleich wieder das Fernglas in die Hand. Genau, hier haben wir gar nicht den großen Platz, um Fehler zu machen. Früh genug gerade alles im Auge behalten. Ich glaube, da hatten wir letztes Mal auch schon wieder dasselbe Problem wie wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo. War doch gerade was? Ähm, dass die Hälsche genau dahinter stehen, wo wir sie nämlich gerade einfach weder sehen noch spotten können. Nee, das ist tatsächlich auch nur ein Moschustier. Ich weiß gar nicht, wo die anfangen mit dir, ne? Wisst ihr das? Na, ist doch egal. Ist ja jetzt auch nicht wirklich, ähm, unser Hauptziel. Aber das wäre auch nochmal so ein Ding, wo wir uns irgendwann mal mit auseinandersetzen müssten. Ja, Elcht gehört. Aber nicht gesehen. Der hat mich wahrscheinlich schon wieder gehört. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal hier am See auch, ne? Gleiche Konstellation. Eigentlich gut reingekommen. Dann hinten einmal um die Ecke gucken können. Und zack, Elch weg. So was in dem Fall natürlich immer mehr als kontraproduktiv. So, den haben wir auf 40 Meter. Wir können das mal einfach ausprobieren. Ob wir drankommen, wenn er jetzt stehen bleibt. Oder auch nicht. Wo ging der denn gerade hin? Leute, ich weiß es nicht. Wo ging denn der Fall gerade hin? Ich sehe den eulen Elch nicht. Der Bogen war doch gerade auf 40 Meter genullt. Wir haben hier 40 Meter. Knappe. Der hätte doch, ja, da. Der hätte doch gerade sitzen müssen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht muss ich das echt mal mit einem anderen Visier ausprobieren. Ich kann mir da nicht helfen. Vielleicht komme ich mit dem Visier nicht klar. Obwohl, das ist ja auch nur ein Dot auf einem Strich oben drauf. Ne? Wie kann man damit nicht klarkommen? verdammt. Verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Leute, im Ernst? Wo soll denn der sein? Ja, immerhin. Wir haben Auerhahn. Yay. Oh, Leute. Das kann doch nicht sein. Oder? So, war mir jetzt so egal. Ich glaub, das war ein gescheckter Auerhahn, oder? Ich weiß es nicht. Falls ja, hab ich auch noch nicht. Na, das läuft ja. Das läuft ja. Also, irgendwo haben wir dann einen Elch, den ich nicht sehe, den ich höre, für alles andere aber zu blöd bin und einen Auerhahn, der nicht mal richtig aggro ist, aber gleich abhaut, den ich eigentlich mindestens einmal hätte treffen müssen, ist auch scheißegal. Ich weiß. Oh, Mann. Was ist denn hier los? Ey, was ist denn hier los? Oh, Mann. Und dieses olle Moscherstier. Ich meine, warum haben wir das nicht getroffen? Wir haben die 40er Nullungen drin gehabt. Das stand 40 Meter weit weg. Es ist einfach, ne? Das ist einfach. Nee, ist einfach so. Das geht nicht. Geht gar nicht. Voll blöd. Voll blöd. Mann. Richtig blöd. Ja, aber so ist es dann, ne? So ist es dann. Läuft richtig blöd. Ich weiß auch gar nicht, warum. Was habe ich denn getan? Ich habe aufgegessen, meinen Kaffee getrunken, meinen Englern scheiß vernünftig gemacht. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade mit einem Spurt laufe. Schließlich bin ich ja auf der Map. Irgendwas passiert hier, was echt komisch ist. Jetzt habe ich da so einen Wegpunkt gesetzt. Alter, wieso laufe ich denn? Bin ich gerade echt auf der Stelle gelaufen? Oder sah das gerade nur so aus? Meine Güte. So, also ich glaube auf jeden Fall mit den halbe Stunde Folgen, also hier halbe Stunde, kommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Auf drei Folgen die Woche. Ich glaube, das geht doch ziemlich gut auf. Mal gucken, wie lange diese Folge jetzt wird. Aber so im Schnitt kommt das ja immerhin. Klar, immer noch ein paar Minuten am Ende nochmal quatschen. Aber sonst ging das ja jetzt auf die letzten beiden Folgen. Naja, hier haben wir zumindest das letzte Mal davon noch zwei oder drei waren es, glaube ich, stehen gesehen. Die sehen wir jetzt nicht. Ah, guck mal an, da vorne haben wir welche. Ach, da war das. Okay. Einmal gerade am Schilf vertan. Gut. ja, die haben wir dann nach wie vor. Und dann würde ich sagen, hier arbeiten wir uns langsam wieder hoch. Wir dürfen die da vorne im Schilf nicht vergessen. Irgendwo da waren ja auch nochmal welche, die wir auch beim letzten Mal wieder übersehen haben, weil die plötzlich aus dem Wald oben rauskamen. Müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das dieses Mal vielleicht ein bisschen besser im Griff haben. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Vielen Dank. Ich denke es war kein Elch, vielleicht ein Moschusstier oder sowas. Tja, keine Ahnung, ich setze mal den nächsten Marker da hin. Okay. Ja, da haben wir doch was. Zumindest mal eine Elchkuh, da haben wir ein Elchmännchen, okay. Da haben wir einen Bullen, da haben wir noch mal eine Elchkuh. Okay. Oh, wisst ihr was? Der hat sofort getriggert da hinten, ne? Wo ist er? Da. Der geht sofort drauf an. Schon interessant. Oh, ich blieb hier natürlich auch so ein bisschen rum. Ja, ähm, ich keife da gerade irgendwie so ein bisschen blöd in die Richtung. Da hinten steht er drin. Er kommt aber nicht raus, ne? Äh, wir haben ihn natürlich jetzt in der Entfernung, wo wir schießen könnten. Und ich hoffe, ihr bleibt da stehen. Die Entfernung passt. Aber er steht halt schlecht, ne? Er steht halt schlecht. Ja, wahrscheinlich stand er jetzt sogar noch hinter einem Felsen, den ich nicht gesehen habe. Das läuft richtig gut. Ihr merkt das schon, das läuft richtig gut. Und jetzt die ganze Zeit, die ist hin und her gewackelt wieder, ne? Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ah, das ist doch so für den Allerwertesten. Mensch. Das geht doch gar nicht. Ehrlich. Das geht doch nicht. Das ist doch echt. Shit. Wirklich richtiger Shit. Jetzt will ich sehen, wo hier irgendwas war. Dann hätte hier nochmal ein großer Hügel sein müssen. Wahrscheinlich stand genau dieser... Scheiß Stein da, ne? Bei meinem Glück war es genau dieser Stein. Wundern wird es mich nicht. Nee, wird mich wirklich gar nicht wundern. Also, ne? Nö. Nö, nö. Mich wundert hier gar nichts mehr. Vielleicht wäre es doch einfach nur so ein armdicker Ast, ne? Der irgendwo von einem größeren Ast, der da irgendwo liegt, hochkommt. Und, ähm... Irgendwie wäre in fünf Quadratkilometern nur Schilf, außer dieser eine Ast. Und dann steht der Elch da. Und was treffe ich? Genau. Punkt genau. Diesen einen Ast. Wie gesagt, wundern würde mich hier nichts mehr, was solche Dinge angeht. Da habe ich, glaube ich, ein Talent für mittlerweile. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also da muss ich dann doch schon sagen, wenn die nicht irgendwie breit zu einem stehen, hat man auf 150 Meter echt sehr bescheidene Möglichkeiten. Also da habe ich wirklich weite, bessere Möglichkeiten mit der Tsurugi etc. Zumindest jetzt so beim Elch. Das macht gerade so einen bescheidenen Eindruck. Ich glaube, wir haben am Dienstag wirklich bessere Ergebnisse gehabt beim Elch. Oder haben wir da nur einen Elch geschossen? Ich weiß es nicht. So bin ich auf jeden Fall gerade nicht von angetan. Muss ich mal einfach gerade so sagen. Das müssen wir gleich noch ein paar Mal ausprobieren. Und ich glaube, dann weiß ich, ob wir hier weiter beim Elchgrind, zumindest beim Damir, schmackt das vielleicht nochmal anders aussehen. Aber beim Elchgrind, bei dieser Waffe bleiben. Oder ob wir da wieder zurückgehen und dann auch wieder mit der Tsurugi unterwegs sind. Und auch hier sehe ich jetzt gerade nur Weibchen. Da ist ein kleiner Bulle. Ja. Da ist ein kleiner Bulle. So, hier auch. Ne? 138 Meter. Wir markern mal. Der braucht schon ewig, ne? Also, ich glaube, mit der Tsurugi auf 150 Meter knappe hätten wir den schon gelegt. Da bin ich mir eigentlich sicher. Obwohl die Tsurugi echt, äh, 25 weniger einen Durchschlag hat, ne? Und 25, das macht schon echt eine Menge aus. Wir haben ja schon mal die Vergleiche gehabt, wo dann wirklich, äh, zwei Punkte Durchschlag dann wirklich alles entschieden haben, ne? Das ist halt, ähm, so das Ding, was mich gerade so ein bisschen irritiert. Ich weiß echt nicht, was ich davon gerade halten soll. Begeisterung ist, äh, gerade echt anders. Also, ich glaube, wirklich für die Achter, ja, möglich. In jedem Fall. Definitiv. Aber halt, ähm, auf Kosten der Nachsuche, ne? Wirklich auf Kosten der Nachsuche. So, irgendwo. Wildschwein. Ach, guck mal an. Die liegen da und ruhen sich erstmal aus. Ja, gut, können sie machen. Wieso habe ich denn jetzt den Marker da hinten weggenommen? Können wir erstmal irgendeiner sagen. So. Ja, wahrscheinlich, weil ich den Elch da vorne markieren wollte, ne? Ja, der ist ruhig. Noch. Das wäre auch hier eigentlich gerade nochmal im Moment, ne? Ähm, wir können das ja hier gerade nochmal machen. So, während wir die jetzt callen, ähm, sammeln wir uns hier von der Elchkuh erstmal ein. Ähm. 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 Wir können wirklich noch, äh, von dem Repetierer hier so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm. 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 Oh, guck mal, wir haben hier sogar zwei Echbullen gehabt. Habe ich gar nicht gesehen. Und da müssen wir jetzt mal... Alter. Oh, 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 oh. Ach, ich war noch in der Hocke. Oh, komm, geh. Ah, jetzt habe ich mich aber auch gerade so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Ne, Güte. So, ich hoffe, wir haben sie gerade eben beide erwischt, die Elche. Ich bin mir beim zweiten Anschuss gerade nicht ganz so sicher. Ob der auch noch saß, müssen wir jetzt mal rausfinden. Vor allem müssen wir sie jetzt erst mal wiederfinden. Oh, war das doch so weit hier hinten? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, da stellt sich natürlich wieder die Frage, war das der vordere, war das der hintere? Ich weiß es gerade nicht und ich kann es gerade auch wirklich nicht abschätzen. Einfach nochmal die zweite Schweißfährte. Das wäre jetzt super genial. Hier, ne? Jo. Einmal markern halt. So, einmal markern. Und hier können wir jetzt erst mal folgen. Falsche Richtung. Na, da haben wir die richtige Richtung. Da geht es lang. Okay. Alles klar. Okay. Alles klar. Okay, ganz so weit ist er es doch nicht gekommen, wie ich das befürchtet hätte. Aber er lag natürlich jetzt auch nicht wirklich so schnell, als wenn wir die Zugi genommen hätten. Der ging aber durch, ne? Der ging wirklich komplett durch den Körper durch. Doppelunge saß auf jeden Fall. Saß auf jeden Fall. Okay. Und das ist gar nicht so schlecht. Da frage ich mich, warum ist er nicht schneller gefallen? Hat die Zugi vielleicht noch eine höhere Aufpilzung, als die 44er gerade? Die, äh, die Munition. Ich weiß gar nicht, was, äh, verschießen wir in der Zugi. Ein 308er, kann das sein? Ich weiß es nicht. Nee, so, ähm, folgen wir dem auch nochmal. Da hinten haben wir noch einen Männchen stehen. Von der Entfernung, so natürlich schon wieder blöd, um nachzuschießen. Äh, hätten wir mit der Zugi machen können, auf bis zu 300 Meter. Mit der hier, äh, ist da natürlich schon Limit bei 150. Natürlich, äh, würden wir auch, äh, höher schießen können, aber, ähm, dann ist, äh, der Durchschlag dementsprechend gering. Äh, ich, der hier gerade weggelaufen ist? Das war der, ne? Das war der zweite Anschluss. Ja, 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 das war der, und der ist nicht gefallen. Da geht auch, da geht auch nichts mehr runter. Der wird wahrscheinlich irgendwann mit 75 oder sowas da vielleicht nochmal stehen. Äh, ja, schlechte Wertung. Nicht gut. Oder ich hab echt beschissen getroffen. Äh, wir haben es ja schon geschafft, mit der Zugi ab und zu mal etwas schneller dann auch wieder am Ziel zu sein. Und, ähm, da bin ich mir eigentlich doch schon ziemlich sicher, dass wir auch da wirklich souverän gelegt hatten. Und, dass es da dann keine, äh, Flucht mehr gab, so wie das jetzt gerade der Fall ist. So, 8,5 Meter, wissen wir, kann nicht sein. Keine Ahnung, wo der gerade spottet. 186, das sah gerade schon mal anders aus. Ne, 96. Wahrscheinlich haben wir noch irgendwo einen größeren hier im Schilf drin stehen. Und ich sehe ihn nicht und übersehe ihn auch gleich komplett klassisch. Ähm, weil ich mich zu sehr jetzt auf den da vorne konzentriere. Keine Ahnung. Richtige Reichweite haben wir eigentlich. Da sind wir schon mit drin. Wir haben halt nur einen nicht ganz so perfekten Winkel, aber auch hier sollten wir jetzt eigentlich auch in der Lunge mit drin sitzen. Sogar ganz safe, aber irgendwie, er fällt nicht, ne? Er fällt nicht so schön, wie er könnte und sollte. Sogar ganz sicher. Ja, sterben tut er halt, ne? Ähm, aber die Nachsuche, ne? Das ist immer eine wirklich endlos, gefühlt endlos lange Nachsuche. Auch wenn es letzten Endes auch nur 100 Meter sind, wo sie anliegen, ne? So viel ist dann letzten Endes nicht, aber gefühlt ist es einfach ewig, ne? Es ist einfach gefühlt viel, viel mehr. Ja, trotzdem sogar noch ein Blattschuss aus der anderen Richtung gemacht. War trotzdem noch Doppelunge, ne? Und wenn man, ne? Ja, wisst ihr es ja selbst. Doppelunge, ne? Da liegen die oftmals noch irgendwo direkt im Knall. Ähm. Ja, ist schon komisch, wenn man unter den Voraussetzungen dann einfach, ähm, halt so viel hinterherlaufen muss, ne? Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Aufpilzung, ähm, kann doch nicht so viel geringer sein bei der Zugi, äh, beziehungsweise so viel höher sein. Ne, das ist ja dann immer noch so ein Mitspiel aus beiden. 16 Uhr, ja, da haben wir auf jeden Fall nur eine Chance davon und nochmal, ha, hier. Mein gefährlicher Bereich hier, wo ich den immer irgendwie verpasse, äh, dass der da drin steht. Und trotzdem ist er da. Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, dass wir, ähm, äh, trotzdem so enormen hohen Durchschlag im Gegensatz, ähm, zu der Zugi, dass wir hier bei den Elchen schlechter dastehen, ne? Ich glaube schon. Also 8 ist, äh, definitiv Maximum. Man legt sie auch, aber man hat auch die Nachsuche, ne? Es dauert echt länger, ähm, bis sie fallen. Möglich ist es auf jeden Fall, die zu legen. Das in jedem Fall. Aber ich finde, es braucht einfach, ähm, länger. So, da haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal eine Chance, wo wir, äh, was erreichen könnten. Ja, brauche ich gar nicht mehr markern. Ähm, ich sehe es da ja schon, 178. Ähm, da können wir auf jeden Fall jetzt nochmal eine mit rausnehmen. Eine der Kühe. Theoretisch würde sie sich davon jetzt anbieten. So, wir gehen mal in eine Hocke. Noch ist sie ruhig. Der Wind steht halt nur schlecht. Ja, die hat's wohl irgendwie, äh, total nicht imponiert, obwohl ich meine, die haben wir gerade eben hier einmal von vorne, seitlich, irgendwo da noch getroffen. Hm. Komisch. Aber meiner Meinung nach hätte auch da gerade irgendwas fallen müssen. In den Prozenten. Schöne Waffe in jedem Fall, ähm, nur, ähm, für Großwildjäger, dann kann man, glaube ich, doch, ähm, wirklich problemlos auf eine andere Waffe mit weniger Durchschlag setzen. Ähm, da liegen die Großen dann halt etwas schneller. Ja, ansonsten bis Klasse 8 auf jeden Fall machbar. Man muss halt nur ein bisschen hinterherlaufen. Nach wie vor finde ich insgesamt unterm Strich eines der besten DLCs, die sie bisher rausgebracht haben. Gerade so, was diese Waffen angeht. Aber dazu habe ich mich am Dienstag hier auch schon im Livestream nochmal genauer zugeäußert. So, und hier... Guckt euch das an! Eigentlich habe ich da hinten Darm und sowas ja nichtmals berührt. Trotzdem haben wir da einen heftigen Blutungsschaden drin. Und wenn ich mir das gerade so angucke, ähm, wundert mich, dass wir ja hier wirklich, ähm, noch so lange, nachsuchen mussten. Ne, also doch wirklich. Ich finde, ähm, dass wir hier mit Sicherheit, äh, 70, 80 Meter gerade nur hinterher gelaufen sind. Ja, schön. Ähm, kann man so machen. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon hier am Ende der Folge. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, einen Abo. Ich würde mich massiv drüber freuen. Für euch noch ein kleiner Klick. Für mich eine super gute Unterstützung. Dafür danke ich euch erst recht auch. Ich hab's gestern Abend gesehen. Leute, diese ganzen Abos, die jetzt noch damit zukamen, der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo's herkommt. Ähm, total irre. Vielleicht durch einen Livestream, vielleicht über einen LS. Ich weiß es nicht. Leute, vielleicht auch über den letzten Samstag. super geil. Ich freu' mich total, dass ihr mit dabei seid. Ähm, super geil. Super, super, super geil. Ihr seid die allerbesten. Und, ja, macht euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal.